ja hallo herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen marsch mit mir dem keller kind so immer noch am stroh abfahren von feld 14 gucken was hier haben wir pellets verkauft klar die werden nämlich jetzt voll gehauen wir sind noch auf feld 13 zugange aber kein kurs warum nicht habe ich die von wieder vergessen abzuspeichern scheint wohl so oder ganz unten 13 meter hier dürfte er doch sein abfahren stellen am nächsten picken habe ich denn eigentlich schon ab fahre hier ja da steht er und sagt nix glaube ich muss jetzt einmal rum oder wir versuchen es noch mal mit autodrive so setzen wir den mal hier dran wir müssen drescher fällt und zum hauptlager jetzt müssen wir kurz noch mal zum drescher wechseln der hat 13 ok dann schauen wir mal ob er sich hier in bewegung setzt er setzt sich in bewegung aber natürlich nicht so schön weil die frucht da ist wir nehmen den mal raus und fahren ihn ooooh kommen wir vorne rum ja gerade so glaube erst einmal sollten wir selber fahren bis er einmal hier das vorgewände hat ich habe mir auch die neue autodrive version runter geholt wo man ordner sogar anlegen kann aber das habe ich noch nicht alles eingestellt wenn ihr wundert dass hier noch nichts ist also man müsste kurz hier in der einstellung rein und hier ordner verwenden ok machen jetzt hat man hier auch die anzeige das war mir auch nicht so klar autodrive ist jetzt glaube ich die 1.057 glaube ich kommen wir da dran der tank fährt sofort los das sollte eigentlich nicht oder so überhaupt abtankt ganz wilde geschichten hier jetzt stört das gewicht mal feuer runterfahren so na wir liegen gleich auf der Seite ich sehe es schon kommen aber hier ist es ein bisschen flacher glaube ich er wird langsam leerer ist schon leer ok dann können wir den drescher auch erstmal alleine fahren lassen und tanken ihn gleich hier vorne nochmal ab und dann schicken wir mit autodrive dann das Feld 13 abernten und dann Einmal nochmal leer machen und dann dürften wir auch schon fast voll sein. 2H-MV wollte er nicht mitnehmen. Okay. So, 90%. Das ist okay. Dann sollte er hier abfahren. Ja, Hauptlage. So, hier kann man Orten anlegen. Ich habe jetzt nur Standard, wie gesagt, gerade vor der Aufnahme aktualisiert. Wenn man hier jetzt auf Plus drückt, kann man wie bei Curseplay Felder anlegen. Jetzt könnte ich da alle Felder quasi... Ähm... Nee. Doch nicht. Oh, da sind die ganz unten. Ganz unten. Okay. Muss ich mir auch noch... Wenn ich jetzt sage, hier... Nein. Muss ich alles da oben machen. Feld 2 möchte ich gerne in den Ordner haben. Ist der jetzt im Feld in dem Ordner? Jo. Also wenn wir jetzt... brauchen wir ja bei denen einfach nur... runter klicken. So. 1, 2, 1, 2, 27. Und die sollten jetzt... in dem Ordner sein. Kann ich den... hier einblenden. Und zu... wird das... ein bisschen genauso. Die Obstfarm. Könnten wir alles in einen... Ordner packen. Obstfarm. Dann müssen wir da... Obstfarm. Ah, jetzt hat er hier was umgestellt. Nee, 13. Na, er dreht jetzt hier. Okay, kein Problem. Sollte man vielleicht nicht in dem Fahrzeug machen. Äh, hier können wir ja machen. Der irgendwas macht. Also, wir gehen hier nochmal drauf. Jetzt haben wir... müssten wir unten haben... Felder und Obstfarm. Okay. Und jetzt wollen wir die ganzen Obstfarm... da rein haben. Obstfarm. So, jetzt gehe ich mal von aus. Die sind alle bei den Feldern drin. Kann das sein? Weil wir ja vorhin... Er geht wohl... Und jetzt müssen wir hier nochmal... sagen... Die bitte alle noch einmal runter. So. Jetzt haben wir hier zwei Ordner. Obstfarm. Da sind die... ganzen Kurse von der Obstfarm. Müsste vielleicht ein Ticken breiter sein. Mal gucken... Kann ich das mit dem vergrößern? So, was ist hier los? Ah, du hast abgetankt. Gut. Auch noch Stroh drauf auf Feld 2. Dann fahren wir dem mal nach Hause. Sagen wir jetzt hier... Hauptlager Eingang. Und gleich abkippen. Sollte er machen. Der andere war ja... War ja vorhin erst mal da. So. Welche Felder gibt es denn noch zum Abernten? Du kannst aber erst mal repariert werden, glaube ich. Wir fahren hier drüben auch mal raus. Und dann fahren wir dem mal zum Hof. Zum Reparieren. Der Pin wieder in den Boden gebackt. Ein bisschen. So. Bahnblinkanlage an. Und ab geht's. Der Drescher muss entladen werden. Gut. Wir können aber hier sagen, jetzt... Er soll bitte zur Werkstatt. Abmarsch. So. Ist der... Abfahrer ist schon fast da. Gut. Fährt auch super an. Und... Äh... Du kannst dich auch erst mal reparieren. Glaube ich. Wenn der Drescher nicht schon da ist. Machen wir einmal so leicht schräg. Da müssten wir eigentlich beides hinbekommen. Und der Drescher ist auch gerade bei der Werkstatt angekommen. Gut. Ich setze den Kurs an der Seite. Schneidwerk ist wichtiger. Können wir auch gucken. So. Und jetzt schauen wir mal... Wenn er abgespeichert hat. Welcher Felder... Feld 8 ist glaube ich auch noch bereit. 8, 9... Und 12. Der ist zwar total dreckig. Aber der wird ja auch wieder dreckig. Einmal kurz zurück. Und dann lass ihn mal zu Feld 8. So. Dann müssen wir... Ganz... Er klappt die aber immer wieder auf. So. Feld... 8. Abmarsch. Was... Ah... Wir haben hier keinen Kurs. Und wieder hier jetzt. So. Und er ist hier weiter am Dreschen. Der Erbfahrer bleibt auf dem Feld. So wie wir ihn eingestellt haben. Das sieht ganz gut aus. Kann nicht so gut rückwärts fahren wie... Cursplay. Aber gut. Und er fährt hier weiter... Stroh zum... zur Pelletsfabrik. Ich will mal schauen... Ich will mal schauen... So. Lass mich mal vorbei. Die hat schon 600.000 hier. Ja, die... Arbeitsgeschwindigkeit ist nicht gerade schnell. Und wir haben hier noch Felder mit Stroh. Aber ich glaube, wir können hier auch Strohballen hier abliefern. Gehe ich mal einfach von aus. Also... Fett-Action... meine ich, der... macht immer beide. Und du kannst erst wieder zurück. Du kannst bitte noch mal zur Pelletsfabrik. Oder machen wir zum... Sägewerk. Da habe ich nämlich gesehen, dass ich auch schon wieder... äh... Paletten voll hatte. Die können wir mal verteilen. Äh... Sägeausgang-Paletten. Da haben wir. Und... Abmarsch. Wie sieht es bei den Tieren aus? Also ganz gut. Eine Sau ist noch trächtig. Müsste jeden Moment kommen. Da haben wir schon einige Säule. Aber auch männlichen dabei. Zwei Stück sogar, habe ich gesehen. Die werden wir ein bisschen mästen. Und dann werden wir die verkaufen. Weil die ja auch nach Gewicht gehen. Du nimmst hier nur eine halbe Bahn. Warum machst du das? Ja, ist aber auch für richtig. Okay. Dann können wir mal schauen, wie weit ist denn der... Drescher. Der ist bei Feld 8 angekommen. So, dann... Ablegen. Wir können schon mal... Aufklappen. Mit dem Stroh, was wir runter holen, kann die Pelletsfabrik, glaube ich, die ganze Zeit arbeiten. ganzen Winter tue ich. So, Feld 8. Noch keinen schönen... Gut, dann nicht Kurs generieren. Wenn wir jetzt sagen, angeben Position. Ne, ich möchte diese Position, Feld 8. Wähle Position auf Karte. Dann wählen wir hier den Startpunkt. Wir machen auch hier jetzt... Aufkarte. Zwei Vorgewände. Weich. 13 Meter. Kurs generieren. Einmal zurück. Wir fangen selber an. Und lassen dann... ihm hier vorne selber fahren. Dann haben wir hier... Neuen Kurs. Feld 0,8. 13 Meter. Zwei Vorgewände. Weich. Der ist von Palettenweg angekommen. Gut. Der müsste jetzt gleich losfahren. Jawohl. Und du kannst dich... Feld 8 kümmern. fahren wir hier mal raus. Weil da ist der Drescher auch rausgefahren. Wohl die kürzeste Strecke. Und hier müsste der... Ne, der müsste ja... sein Sägewerk sein. Der bringt schon wieder die nächste Lieferung. Ich glaube... auf Feld 2 können wir... die Bahnpresse ansetzen. Hups. Da war ein Stromkasten. Ach, ist das hier wieder sauber. Ich weiß gar nicht, was wir neu in eine Pelletfabrik reinbekommen. Ich glaube, ich habe da noch ein Gebäude, was ich rauslöschen muss. Habe ich nie drauf geachtet. Aber da vorne, das Holzhaus muss nur weg. Und das... Gebäude hinten könnte sogar stehen bleiben. Das passt ja haargenau. Ah, ne, muss auch weg. Die beiden Gefolgen muss ich noch von der Karte im Giants Editor nehmen. Ist mir bei den ersten Folgen gar nicht so aufgefallen. Aber wie gesagt, da denkt man da nicht dran. Wir gucken mal, was wir hier noch abladen können. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich glaube, bei der Zellstofffabrik Das ist auch nicht schön. Aber ich habe es, glaube ich, geschickt gemacht, oder? Ja. Ich wollte nämlich sagen, wenn da nicht alles reinpassen, dann haben wir hinter hier Paletten drauf. Die zwölf Stück, aber wo vielleicht noch die so hoch sind, wie jetzt die eine da unten. Dann kriegen wir auch nichts mehr drauf. Das muss ich einmal noch mal aufladen. Laden dann auch wieder so ab. So, jetzt nimmt er wieder nur die... die drei. Ich weiß nämlich nicht, wie viel da reinpassen. Paletten, 75 Prozent, 100. Ja, die sollten eigentlich alle reinpassen. Aber wir können die auch erst mal wieder mitnehmen. die restlichen hier noch holen. Wir haben das vier Stück. Dann haben wir acht Paletten für irgendwo anders. So, dann schauen wir mal. Zellstofffabrik ist vielleicht da sind nämlich keine Paletten mehr. Gut. Einsteigen. Abschnitze. Fangen wir mal da hin. Ja, er kann sich nicht in Bewegung setzen, weil hinten die Laterne ist. Und er hat ja sofort eingelenkt. Und ich war ja mit dem Trailer schon dran. So, und er fährt auch hier selbstständig. So, Zellstofffabrik. Da müssen wir den Punkt vielleicht noch mal angeben. So, wie sieht's hier aus? Feld 13 ganz gut. Der Abfahrer ist unterwegs, so scheint mir das. Da ist er nämlich. Und auf Feld 8 der Drescher muss abgetankt werden. Gut. Müssen wir selber machen, ne? Wo steht er denn? Da drüben. Ach, hier ist ja ein Graben. Ich hab gedacht, hier wär nur die der Deich quasi. Ganz dicht dran fahren. ganz dicht nicht dran stößen. Lass mich ein bisschen weiter vor. Ich komm nicht weg vom Schneidwerk. jetzt bin ich gleich zu weit wahrscheinlich. Da sag ich ja, da er geht weg. Ja, ist nicht alles so einfach. Ja, das wird nicht hierhauen. Ich hoffe, er ist, wird nicht voll hier in der sonst. Hier geht's wirklich steil hoch. Keine Chance, daneben zu kommen. Ach, da ist der Baum. Den habe ich, den ersten habe ich gesehen, aber den zweiten nicht. Noch zwei, drei Meter. Dann können wir sogar vernünftig ranfahren. Echt doch, das hat ja gepasst. Wie die Faust aufs Auge, oder wie sagt man? fast du keine Zeitung mehr zwischen. Must. Er hat zwar keine Kollision, ich weiß. so, dann machen wir den noch mal schön leer. Den Anhänger voll. So, wir sind voll. Schauen wir mal. dann können wir den vielleicht auch mit Autodrive abfahren. Ich bin mal gespannt, ob er das hinkriegt. Wir sagen auch hier Drescher, Feld 8, Hauptlage, Eingang. Abmarsch. Und da müssen wir eben noch mal zum Drescher. Da dürfte die 8 stehen, weil wir den ja hierhin gefahren haben. Da steht die 8, dürfte also passen. So, liebe Leute, das war es auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, hier auf der nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, Ciao.